... zur zweiten Vorstellung von The Favourite. Regie führte hier Yorgos Latimos. Seine beiden Filme The Lobster und The Killing of a Sacred Deer liefen 2015 und 2017 auch bereits auf dem Fünffest Hamburg. The Lobster wurde weiterhin für einen Oscar für das beste Treibuch nominiert. Mir bleibt noch zu erwähnen, dass diese Vorstellung mit freundlicher Unterstützung der Hamburg School of English präsentiert wird. Merci dafür. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ja, wir dürfen gerne nachlesen. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung und noch eine tolle Zeit auf dem Fünffest Hamburg. Merci.